So Leute, willkommen zurück zu Overcooked. Wir sind immer noch am Strand. Ich liege am Strand. Und ich habe Angst. Dann zocken wir mal zusammen Beats selber. Äh, gute Frage. Kuchen und Geschmack. Honig zu denen. Honig. Honig. Ei und Mehl von euch. Und Mehl brauchen wir. Ja, Mehl. Mehl. Meist du denen noch einen zweiten Honig rüber, bitte? Lisa. Vollschub. So, ich brauche Möhre. Da liegt ein Heidraufwolf. Wo ist die Möhre? Und wie zum Teufel soll ich das übergeben? Ah, hier, hier an der Seite. Hier, 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 hier. Hier außen. Hier außen. Dass ich hier abnehmen kann. Oh Gott. Ah, verdammt. Ja, ich sehe es, Greg. So weit geflogen. Neu Start. Immer wenn ich ins Bett muss, kommen die Suchspiele. Ja, Gray, sorry. Wir machen es so auf dem Silvesterevent. Musst du mal mit kurzem Suchspiel machen. Ich nehme aber kein Streaming-Equipment mit. Du musst ja jetzt hier nicht streamen. So, äh. Und du kannst ja Raze machen. Kannst ja Raze für euch. So, Karotte, Eimer bitte. Und das hier für euch. Schmeiß es am besten nicht direkt in die Sachen rein, sondern schmeiß es erstmal zu uns. Deswegen landet der jetzt hier unten. Das ist da oben. Ja, da unten ist Blöde. Du kannst mir auch hier in diesem Bereich. Nee, ich werde das nicht hier oben werfen. Das ist eben mehrmals falsch geflogen. Also ich warte drauf, dass ich was kriege. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich muss es mit dem Teller machen. Das war gerade ein gedanklicher Fehlschuss von mir. Schokolade und Ei. Ich schmeiß dich einfach tot in Ordnung. Ja. Kannst du mir schon mal Mehl hochwerfen? Beziehungsweise, ja. Ray, gibst du das bitte raus? Du kannst mir das auch einfach unten hinlegen und ich gebe das dann hoch. Stimmt. Gibst du das bitte raus? Sehr gut. Ich gebe euch einen Teller. Nein, wait. Wait. So. Go. Ist die Ausgabe bei uns? Nein, ich brauche keinen Teller. Entschuldigung, ja, die Ausgabe ist bei uns. Blödem ist es unsere Schüssel. Richtig. Deswegen, hier kommt die nächste wieder. Ja, ja. Ich brauche ein Ei. Kommt. Braucht noch eins? Ja, ja, eins, aber bitte auf mich, genau. Ja, das eine war doch in Ordnung. Karotte. Ist gerade im Schneiden. Haben wir die Spüle? Ne, ihr habt die Spüle. Die müssen wir oben abgeben, wieder. Ihr müsst spülen. Yeah. Du wolltest, übernimmst du mal beides? Ja. Nummer Uno. Ray, kannst du fangen? Geht wieder zurück. Retour. Ja. Wolf abgeben. Ray, schmeiß mir ein Ei rüber. Retour. Ich bin bereit. Nein, jetzt mal Honig. Gut, das ist gut. Ähm, Möre, bitte. Danke. Ei, bitte. Kommt ganz zufällig geflogen. Rutz, unten kommt jetzt ein Kuchen. Ja, den gibt, nimmt Ray ab. Ich bleibe, wir teilen uns das jetzt auf mit unten und oben. Ja, dann machen wir. Nichts übernehmen? Gut, oder? Wolf, ich hätte übernommen. Also du musst unten dann. Daran habe ich überhaupt nicht gesagt. Weil unten oben ist viel einfacher. Ja, freilich. Da hast du recht. Wieso? Alles gut. Ich habe schon ein Auge gehabt. Ähm, Ei. Und. Mehl, bitte. Wo ist die Schokolade hingeflogen? Falsch. Die sind nicht geschnitten. Ja, die war schon geschnitten und jetzt ist sie weg. Ach so. Kannst du mir den einen Krab runtergeben? Wieso? Wenn du die Eier hier rüber, hier hoch gibst, zu mir. Dann ich die ausdrehe. Ja, das ist nicht, das, ach, das ist fertig. Dann kriegen Mieser die einfach verschmissen. Dann muss er nicht dauernd aufs Timing gucken. Ich habe, das ist sinnvoller. Ja, also die Rotzutaten. Alles, was man schmeißen kann, bitte schmeißen. Okay. Na dann. Da ist ein Ei in deiner Spüle. Achtung, fertiges Neugkont. Entschuldige, Mies weg. Steck fest. Mieser drängt mich in eine Ecke. Mieser drängt mich in eine Ecke. Oh, wir fangen es. Mieser drängt mich in eine Ecke. Mieser drängt mich in eine Ecke. Sehr schön, Grey. Ich will sehen, wie wir das draußen in der Kälte an der Hausland machen. Was kochen? Was? Nein, nein, Suchspiel. Suchspiel. Ich finde die Kieselsteine in der Rauchfasertapel. Oder in einem Rauchfaserputz. Wollen wir es noch lesen, oder? Der Part ist noch nicht vorbei. Also. Mach keinen sechs Minuten Part. Warum nicht? Biss ja akkurz. Außerdem kann er es nicht monetarisieren. Doch, kann ich, aber keine Mid-Roll. Ich meine nicht nur. Was mitrollen? Mir kann ich bei dir keine Punkte sein, momentan, Wolf. Ihr seid zurück. Findest du es? Ihr seid zurück. Wir sind immer noch zurück. Oh. Aber schaut mich nicht an. Ich habe Kevin gebeten, mir den Rücken einzucremen. Und er, er wollte nicht. Jetzt sehe ich von hinten eher nach Radieschen als das Zwiebel aus. Aber seht nur, was ihr mir gebracht habt. Wie könnte der Rad da nicht beeindruckt sein? Radieschen hin oder her? Wenn das so weitergeht, bin ich, äh, 5 Uhr Tee wieder zu Hause. Noch eine Runde, das sollte reichen. So, verehrte Köche. Lest los. Und bringt mir einen schönen Schatz an Schlemmereien. Mit. Los. Nicht mit los, aber, ja, wir bringen ihm den mit. Bring sie mir mit. Los. Besser. Etwas Schwung in den Chat bringen, dafür ist es zu spät. Ja, was? Ich will ja auch Aktivpunkte sammeln, nicht nur Passiv. So. Mal wieder Kebab. Ich schneide das Falsche, ist egal. Brauchen wir auch. So. Ananas schneiden. Und Tomate schneiden. Und dann Tomate und Hähnchen auf das linke. Tomate, äh, Hähnchen liegt drauf. Warte, Tomate irgendwo. Achtung, ihr werdet abgedrängt. Ich merk's. Ganz weiter, der Conga. Leg mal bitte unten die Tomate drauf. Danke. Oh, die tanzen immer nur so ein bisschen. Ja. Ja. Äh, was brauchen wir denn grad? Das zweite. Zweite nach rechts. Also dritte. Hähnchen. Nein, ich und Pilze. Pilze. Mach ich. Ich spiel mal. Ja, spül mal bitte. Hat irgendjemand aufgepasst, wie viele Punkte wir für dieses Level brauchen? Nö. Nö. Ähm, bitte ein Teller zu mir. Einmal spülen unten. Einmal spülen. So, rechts kommt Ananas. Oder ich mach's schon. Ananas, äh, Pilz. Pilze, Fleisch. Ich hab's. Okay. Da geht's ab. Perfekt. Äh, dann brauchen wir links Fleischhühnchen und, äh, Tomate. Wenn die Konga-Schlange weitergewandert ist, bitte einmal Teller spülen. Moment, noch mal einer. Ray, kannst du links Fleisch, Tomate und, äh, Hähnchen drauflegen? Danke. So. Für rechts brauchen wir jetzt einmal Pilze. Hab ich einmal. Organisiert euch. Äh, was ist denn schon drauf? Was brauchen wir denn sonst noch? Äh, Ananas. Ananas und Tomate. Tomate kommen? War dabei nicht. Ananas ist drauf. Nö. So. Auch jetzt. Für links brauchen wir Fleischhähnchen und Tomate. Fleischhähnchen und Tomate. Also Hähnchen habe ich hier eins fertig hier unten. Ja. Fleisch ist auch fast fertig. Und Fleischhähnchen und Tomate brauchen wir nur noch. Tomate schon nur noch. So. Fürs rechte, äh, Hähnchen und Tomate. Tomate ist drauf. Hähnchen ist drauf. Alles klar. Fürs linke brauchen wir Pilze, Ananas und Tomate. Äh, einmal bitte den... Pilze, Ananas und Tomate. Ananas. Äh, komme ich nicht mehr hin. Kein Problem, mach ich. Können wir mal bitte abholen? Fürs rechte, äh, Pilze, Ananas und Fleisch. Fleisch ist wieder frei. Könnt ihr das Fleisch kurz mal reinschmeißen? Rechts. Äh, ja. Das ist schon fertig. Braucht noch einen Teller. Ja, das läuft auch hier. Wie geschmiert. So, äh, können wir eigentlich noch einen machen? Bitte abholen. Mit Fleisch, Pilze. Pilzen und Ananas. Und Ananas, aber ist nicht mehr fertig geworden. Wir sollen es haben. Ja, Leute. Ja, Leute. Locker, Flockisch. Locker, Flockisch, oh, Mocki. Wir haben den Papagei gekriegt. Papagiro. Oh, ja. Ein wunderschöner Papagiro. So, einen, einen Versuch müssen wir uns noch wagen. Dann wagen wir uns noch einen Versuch noch. Movie. Mit Bahne. Und Pilzen. Ponky. Oh, alles zusammen. So, wir brauchen jetzt erstmal Fleisch. Ja, stimmt. Oh, wir müssen, wir müssen hier genau aufpassen. Wo muss das denn alles hin? Wer hat den Bräter? Äh, Hutz, Wolf. Gib mir her. Hählenchen. Und Tomate bitte zu mir. Tomate zu mir. Tomate kommt. Schmeißen. Sehr schön. Okay, dann brauchen wir. So, dann brauchen wir Hühnchen und Tomate. So, bei euch. Einmal Teller bitte zu mir. Bin unterwegs. Ich muss hier durch. Ich muss hier raus. Ich muss das gar nicht. Auch einmal den Hupi-Hup. Ja, dann holt ihn euch. Ähm, dann brauchen wir Banane. Alles in Smoothie rein. Machen wir hier rechts. So, Essen ist fertig. Ich gebe das jetzt mal. Ja, dann. Weil ich durch darf. Nein, da habe ich nicht. Da ist noch Feuer, 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 Feuer. Danke. Ey. Vorhin gesetzt. Fleisch. Ne, soll ich schon Fleisch machen? Wir brauchen noch eine Ananas. Fleisch sind wir gerade nicht. Auch Hähnchen. Wir brauchen noch eine Ananas. Äh, wo ist denn die? Bei uns drüben. Ah, okay. Hähnchen und Tomate. Die ist da. Okay. Ich spüle mal die Teller. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Die Spülmaschine. Ah, nee, das ist so ein Sprühmelding. Ja, sprühen wir uns mal hier an. So, Fleisch, Fleisch, Tomate. Fleisch, äh, Fleisch, Hähnchen, Tomate mache ich gerade. Dann mache ich Ananas, Ananas und Banane, Banane. Ja, was ist aber mit, das ist mit Hähnchen und, äh, Tomate. Ja, stimmt, Hähnchen und Tomate muss noch. Ich mache hier mal den Weg frei. Äh, Hähnchen, wo habt ihr die Tomate? Schmeiß mal rüber, Ray. Schau mal her. Okay. Ich bring euch einen Teller. Ich würde euch einen Teller bringen. Ja, Bisa macht schon den Weg frei. Nee, ich komme da irgendwie nicht durch. Ja, bringt mal, macht mal den Smoothie runter, nehm, danke dir. Da fehlt eine Banane. Ich weiß, ist drin. Äh, wo haben wir? Ah, Blasebike. Ich komme mal. Ah, ich komme nicht. Kurz, komm, so frei. Danke, Sir. Oh, Herrgott. Okay, wir brauchen einen, der die ganze Zeit eigentlich nur, und, äh, und, und sprühlt, also, weil er uns sauber macht. Nee. Ah, so hast du es gemacht, Ray. So, ähm, wo sind wir jetzt zu Hause? Äh, wo sind wir gerade? Niemand weiß es. Niemand wird es hier. Äh, bei Hähnchen und Tomate. Ah, Hähnchen und Tomate wollen wir machen, okay. Tomate. Ich habe kein Hähnchen. Komm nicht hin, seit dem Hähnchen. Ich, ich versuche, den Weg freizumachen. Nimm den Weg. Es gibt einen Weg. Ja, es gab keinen Weg. Doch. Es waren nur, äh, drei Felder von vier belegt. Einen hättest du nehmen können. Aber gut, ich glaube, das reicht mal als Probe für das Level für heute. Ja. Ihr lasst jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Overcooked. Bis dann, euer Wolf.